Schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarangebot im Schlaf zum Klimaschutz zur Renaissance der Nachtzüge in Europa. Mein Name ist Markus Büchler, ich bin Sprecher für Mobilität der Grünen im Bayerischen Landtag und herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung heute und gleich eingangs danken für Ihr Interesse. Während gerade noch immer mehr Teilnehmende hereinkommen, überbrücke ich noch ein, zwei Minuten mit ein paar technischen Hinweisen und Informationen zum Ablauf, bis sich alle hier eingefunden haben. Wir haben sehr viele Angemeldete, weit über 100, was uns sehr freut. Ich denke auch, wir haben mit dem Thema auch wieder einen Nerv getroffen, der zeigt, dass großes Interesse an Nachtzugverkehr der Zukunft besteht. Erst einmal ein paar technische Hinweise. Wir sind hier in GoToWebinar, einem Webinar-Tool, in dem Sie die Referierenden und die Moderierenden dieses Abend sehen. Die Moderierenden später dann in der Diskussion, in die Sie sich einbringen können. Ich erkläre auch gleich, wie sind meine beiden Mitarbeitenden, mein Team, Dr. Nae Schuster-Brandis und Fabian Norden. Die beiden werden nachher, wenn die Vorträge beginnen, schon mal die Fragen sichten, die Sie uns so nach und nach dann eingeben können. Wir werden diese Fragen sortieren. Und wenn es sehr viele sind, leider auch auswählen müssen, weil wir haben 60 Minuten Zeit für unser Webinar-Angebot heute. Und die Fragen, die Sie auswählen, nämlich diejenigen, wo Sie der Auffassung sind, dass Sie von allgemeinem Interesse sein könnten, dann auch stellen und einbringen. Und unsere Referierenden, unsere Gäste werden Sie dann beantworten. Genau. Ja, es sind schon sehr viele da. Dann beginne ich einmal noch, benutze ich noch eine Minute zum Begrüßen. Wir haben sehr, sehr viele Interessierte, wie gesagt, heute hier. Wir haben auch viele Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen und Einrichtungen. Ich kann nicht alle benennen, sonst wären schon zehn Minuten von unseren 60 Minuten wahrscheinlich rum. Deswegen bündle ich es ein bisschen und fasse zusammen und benenne einfach die Organisationen. Fühlen Sie sich alle gegrüßt und herzlich willkommen. Insbesondere und am allermeisten diejenigen, die ich vielleicht versehentlich übersehe oder vergesse, wenn ich hier die teilnehmenden Liste durchschaue. Protokollarisch als erstes möchte ich begrüßen meinen Landtagskollegen der Grünen aus dem Tiroler Landtag, also aus dem Ausland sozusagen, Michael Mingler. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast ja auch ein bisschen beigetragen zur Entstehung dieses Webinarangebotes heute mit Kontaktvermittlung etc. Dann haben wir bei uns angehende Bundestagsabgeordnete, wie wir alle hoffen, nämlich Kandidierende zur Bundestagswahl im September. Wir haben auch einen Verkehrsreferenten der Bundestagsfraktion der Grünen hier. Herzlich willkommen und verschiedene Fachleute aus unserer Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr. Ferner sind hier aber sehr viele Vertreterinnen und Vertreter, was mich ganz besonders freut von nicht grünen Einrichtungen, sondern von externen Organisationen und Unternehmen, mehrere Eisenbahnunternehmen, insbesondere mehrere Personen von der Deutschen Bahn AG, aber auch von Agilis und BRB. Herzlich willkommen bei uns GewerkschaftsvertreterInnen sind hier VertreterInnen von Fahrgastverbänden, ProBahn beispielsweise auch von VCD, ADFC, ADAC, sogar vom Bayerischen Bauernverband sind Leute hier, aber auch Menschen von Reisebüros und Reiseveranstaltungen. Ihnen allen herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. So, jetzt glaube ich, haben alle Leute, die sich zuschalten wollen, zu uns gefunden und ich steige ein in den inhaltlichen Teil. Zum Ablauf, ich werde jetzt noch einige wenige einleitende Worte zum Thema verlieren, dann übergeben an Florian Siegmann, meinen Fraktionskollegen und europapolitischen Sprecher unserer Fraktion, der uns einen europapolitischen Einblick und Grußwort sozusagen am Anfang geben wird und dann überleiten zu unserem Hauptgast und Leiter des Personenverkehrs der österreichischen Bundesbahnen, Herrn Kurt Bauer, an dieser Stelle schon einmal herzlich willkommen in unserer Runde. Vielen Dank fürs, ja, kommen, kann man schlecht sagen, fürs Zuschauen und für die Bereitschaft, heute hier mit dem Hauptvortrag uns zu beehren und dann in der Diskussion zur Verfügung zu stehen. Herzlich willkommen schon einmal. Grüß Gott. Dann, ja, das Thema Nachtzüge ist eins, das uns Grüne schon lange umtreibt. Ich persönlich habe auch einen starken Bezug zu Nachtzügen. Ich bin noch im Jahr vor Corona 2019 mit Nachtzügen nach Tibet gereist, über verschiedene europäische und asiatische Länder. Ich glaube, es waren acht Nachtzüge tatsächlich nacheinander mit verschiedenen hochinteressanten, spannenden Zwischenstationen, die mich nach Tibet gebracht haben. Und das war nicht meine erste Nachtzugreise, sondern eine weitere von unzähligen. Ich liebe Nachtzüge und bin ein begeisterter Nachtzugfahrer seit Jahrzehnten. Ich bin früher auch zwischen München und Berlin mehr oder weniger gependelt, noch vor meiner Dissertation, Studienzeit und so weiter und auch frühere Mitarbeiterschaft beim Dr. Anton Hofreiter, der damals noch Verkehrsausschussvorsitzender im Deutschen Bundestag war, war ich auch laufend in Berlin. Und umso mehr hat es mich geärgert, als dieses Nachtzugangebot von München nach Berlin, aber auch viele andere nach Paris, nach Budapest etc. immer weiter eingeschränkt und verschlechtert wurden, immer langsamer gemacht wurden, immer unattraktiver gemacht wurden und schlussendlich sich die Deutsche Bahn AG komplett aus dem Nachtzugangebot zurückgezogen hat, angeblich aufgrund mangelnder Rentabilität, was ich nie nachvollziehen konnte, weil die Züge, die ich benutzt habe, waren immer hervorragend ausgelastet. Ja, also jedenfalls umso froher war ich dann zu hören, dass die ÖBB einen Teil des Streckennetzes und des Materials übernommen hat. Aber dazu werden wir gleich noch weiteres hören. Die Nachtzüge sind aber nicht nur Geschichte für Eisenbahnromantiker und Fans wie mich und viele andere Menschen, sondern es ist vor allem ein Modell für die Zukunft für mehr Klimaschutz, um auf Kurz- und Mittelstrecken Flüge zu ersetzen und eine andere bequeme Art und Weise des Reisens dazu ermöglichen, die von immer mehr Menschen sehr wertgeschätzt wird. Deswegen ist es für uns Grüne ein wichtiges politisches Thema. Dazu werden wir ja auch gleich noch wesentlich mehr hören und ich freue mich auch erst, dass die Europafraktion sich auch betätigt. Hinter mir hier hängt eine Europakarte, ein Werbematerial der Europafraktion der Grünen, das sich auch für mehr Nachtzuglinien einsetzt. Ich weiß nicht, wie genau man es erkennen kann, ich hoffentlich nicht so ganz genau, weil so richtig gibt es Fremden mit den Linien, die da sind, nicht. Aber es ist ja wurscht, es geht ja mehr so um die Vision. Letzter Gedanke noch, auch die Bundesregierung hat erkannt, dass das vielleicht nicht so ganz schlau war, dass Deutschland keine Nachtzüge mehr hat. Auch der Bundesverkehrsminister, der designierte Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat vor kurzem verkündet, dass jetzt Europa da irgendwie starten soll mit dem Trans-Europ-Express 2.0. Ja, es ist auch so entsprechend rezipiert worden, wie auch mein erster Gedanke war, naja, vom Ankündigungsminister Andi Scheuer kommt halt eine neue Ankündigung. An den Taten sollte sie messen und das ist beim Bundesverkehrsminister in letzter Zeit immer eher schwierig gewesen. So wird es wahrscheinlich auch damit sein, wenn hier nicht Leute das Rode übernehmen, denen auch ernsthaft was an der Sache liegt und eine Einrichtung, eine Organisation, die eben nicht nur ankündigt, sondern konkret auch Sachen macht und umsetzt und wirklich Verkehr auf die Schiene bringt und Alternativen zum Fliegen anbietet. Das ist die ÖBB und jetzt einer der großen Player sozusagen im Nachtzugverkehr in Europa und umso mehr freut es mich eben, dass wir nachher gleich lauschen dürfen, den Ausführungen und diskutieren dürfen mit Ihnen, Herr Bauer. Das zur Vorrede jetzt übergebe ich an Florian Siegmann, bitteschön. Ja, vielen Dank Markus. Wir teilen unsere Leidenschaft für die Nachtzüge und als europapolitischer Sprecher war mein persönliches Highlight letztes Jahr Anfang 2020, als die neue Nightjet zwischen Innsbruck und Brüssel eingewiehen worden. Ich war auch einer der ersten Fahrgäste auf dem Rückweg von der Sitzung in Brüssel Donnerstagsabends, ich glaube 18.07 Uhr am Brüssel Midi eingestiegen und im Schlafwagen mit eigenem Bad und eigener Dusche, sehr luxuriös muss man sagen, nach München gefahren, sieben Uhr morgens da, perfekt mit Frühstück und dann um 8.30 Uhr schon wieder ein Termin, in dem Fall witzigerweise mit dem österreichischen Kommissar Hahn damals noch aus der EU-Kommission im Landtag, aber dann in Bayern gehabt. Ich glaube, das zeigt ganz gutes Potenzial von Nachtzügen, wo es auch im Geschäftsreisebereich was ersetzen kann. Alle, die wie ich aber auch begeisterte Interrail-Fahrer sind, wissen, Nachtzüge haben noch viel mehr zu bieten, ob jetzt im Liegewagen durch Frankreich oder wie manchmal leidvoll im Sitzwagen durch Italien. Man hat eigentlich für alle Angebote und Möglichkeiten, damit Verkehr klimafreundlicher zu gestalten in Europa und für jeden ein passendes Angebot zu finden und das ist dringend nötig, denn immer noch ist es ja so, dass 25 Prozent der Treibhausgasemissionen bei uns durch den Verkehrssektor kommen, viel auch durchs Fliegen und da muss sich was ändern und da sind Nachtzüge eine wichtige Option und im Moment die beste Option, die wir haben. Und du hast es gesagt, unser Traum ist ein flächendeckendes Nachtzugnetz, bequem, gut ausgebaut, mit vernünftigen Halten, guten Laufzeiten, Zeiten, zu denen ich aussteigen kann, aber da gibt es viele Hürden. Dazu wird der Kurt Bauer gleich sicherlich noch einiges zu sagen haben. Das kommt vor allem daher, dass Schienenverkehr eine sehr nationale Angelegenheit ist und war und jetzt haben wir dieses Jahr das europäische Jahr der Schiene. Warum ist das ausgerufen worden? Weil man erkannt hat, dass man so seine eigenen nationalen Netze eigentlich mehr vernetzen muss und seit Ende letzten Jahres ist dann auch das vierte Eisenbahnpaket in Kraft und die Idee hinter diesen ganzen Eisenbahnpaketen war, dass man die Gleise in Europa verbindet. Also ein paar Verbindungen haben sie schon, aber einen Schritt weiter geht und dafür sorgt, dass sich zum Beispiel nicht mehr bei jeder nationalen Eisenbahnagentur eine Genehmigung für meinen Züge braucht, eine Zulassung und Zertifizierungsverfahren, damit die überhaupt durch das jeweilige Land fahren dürfen, sondern dass das die europäische Eisenbahnagentur zentral macht. Genauso dasselbe gilt für die Sicherheitssysteme, die an den Gleisen installiert sind. Die, die in Deutschland unterwegs sind, kennen mittlerweile alle das European Train Control System. Das ist das, was nicht geklappt hat zwischen Nürnberg und Berlin, wo dann erst mal die ICEs nicht fahren durften. Darum soll sich jetzt auch die europäische Ebene kümmern, dass wir überall da dieselben Sicherheitsstandards haben. Ich glaube, man merkt, da funktioniert noch nicht alles und das europäische Jahr der Schiene ist deswegen jetzt ein wichtiger Impuls, um nochmal was nach vorne zu bringen und wirklich den europäischen Eisenbahnmarkt zusammenzuführen. Und neben diesen technischen Standards geht es auch viel um wettbewerbliche Regelungen. Auch erstmal dafür zu sorgen, dass man wirklich mit Eisenbahnunternehmen überall durchkommt und nicht am Ende dann doch noch an nationalen eigenen Dünkeln scheitert. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was in der Praxis dann die Herausforderungen sind, die sich uns stellen und was wir auch auf europäischer Ebene noch verbessern müssen, damit Nachzüge wirklich grenzüberschreitend gut ausgebaut in Europa rollen können. Vielen Dank Florian. Ich habe noch eine Sache vergessen. Mein fleißiges Team hat mich dankenswerterweise per Chat darauf aufmerksam gemacht. Ich habe noch vergessen zu erklären, wie Sie denn Ihre Fragen oder Beiträge loswerden können und hier in die Diskussion einbringen können. Fragen also insbesondere natürlich an unseren Gast Kurt Bauer, aber auch wenn sie politische Fragen sein sollten, zu denen gegebenenfalls Florian oder ich was sagen können, ist das natürlich möglich, aber hauptsächlich an unseren Gast. Das machen Sie über diese Fragenbox. Sie sehen seitlich in diesem Tool, das Ihnen eingeblendet wird, die Möglichkeit Fragen zu stellen mit einem Eingabefeld und dort machen Sie das bitte und das wird wie gesagt dann von meinem Team entsprechend ausgewertet, ausgewertet, gebündelt und eingebracht. So, das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite und ich bin jetzt ganz gespannt und lausche, was uns Herr Kurt Bauer, Chef des Personen-Fernverkehrs der ÖBB zu sagen hat. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen und bin der Einladung auch wirklich gerne nachgekommen. Vielleicht einmal ganz kurz zur Einleitung zu meiner Person. Kurt Bauer, mein Name, in Innsbruck aufgewachsen, in Innsbruck studiert, dann 15 Jahre in Frankfurt verbracht, davon fünf bei der Deutschen Bahn, in diversen Funktionen und dann 2015 nach Wien zurückgegangen sozusagen und bei der ÖBB den Fernverkehr übernommen. Deswegen erzähle ich, glaube ich, auch gern ein bisschen was von der Historie, weil ich bin im Mai 2015 zur ÖBB gekommen und im September 2015 klopft die Deutsche Bahn bei uns an und sagt, sie möchte gerne den Nachtverkehr einstellen. Also ich war da wirklich von der ersten Stunde an mit dabei, eben dann in der Rolle Leiter Fernverkehr, vielleicht noch ganz kurz zu dieser Rolle. Ich leite das Profit-Center Fernverkehr, wo im Prinzip die Fahrplanplanung, das ganze Thema Pricing, das Thema Customer Experience, Linienmanagement, New Rail Business, Nightjet subsumiert ist. Nur, dass man versteht, was meine Rolle ist und ich berichte dann direkt an den Vorstand. Zum Thema Internationalität auch noch ein Wort, bevor wir jetzt wirklich in die Historie einsteigen. Die ÖBB hat im Gegensatz zu ganz vielen anderen Staatsbahnen aufgrund der Geografie und auch aufgrund der Nachfrage ein unglaublich internationales Netz. Jetzt jeder zweite Fernverkehrszug der ÖBB beginnt oder endet im Ausland. Das ist eine Ratio, ein Verhältnis, das findet man nicht ansatzweise bei irgendeiner anderen Bahn. Es ist wichtig, das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, weil je nachdem, wie ein Fokus einer Bahn ist, so wird sie sich auch verhalten, gerade in Zeiten des Wandels. Gut, also ich war gerade irgendwie drei, vier Monate bei der ÖBB und die Deutsche Bahn informiert uns, dass sie den Nachtverkehr einstellen möchte aus diversen Gründen und sie wird das auch sehr kurzfristig tun. Damals im September, im September hat es noch geheißen, schon Mitte 2016 ist es soweit. Was uns als ÖBB einmal grundsätzlich vor die Herausforderung gestellt hat, dass wir selbst gezwungen wurden, über das Nachzuggeschäft nachzudenken, weil das ist dann das Thema, wenn wir zu Produktion und produktionellen Abläufen kommen, weil viele Nachzüge im Verbund mit der Deutschen Bahn produziert wurden. Man nehme nur den Nachzug nach Rom, da ist ein Zugteil aus München gekommen und einer aus Wien, der wurde in damals Bologna vereinigt und ist nach Rom gefahren. Wenn jetzt ein Teil des Nachzugs wegfällt, ein Ast, dann ist der andere Ast auch nicht mehr betriebswirtschaftlich zu führen, weil, das ist in der Eisenbahn generell so, wir sind ein Massenverkehrsunternehmen. Wir haben unglaubliche Fixkosten und wir haben ehrlicherweise auch unglaubliche Variablekosten. Allein die Schienenmaut variiert irgendwo zwischen zwei und sechs, sieben Euro pro Kilometer, also unglaubliche Kosten. Und deswegen muss man auch wirklich eine signifikante Anzahl von Menschen transportieren. Ein kurzer Nachzug, wenn wir auch noch dazu kommen, ist betriebswirtschaftlich eigentlich nicht abbildbar, es geht um die Masse. Gut, jetzt sind wir vor der Situation gestanden, dass wir sehr kurzfristig, und für eine Staatsbahn ist es unglaublich kurzfristig, innerhalb von zwei, drei Monaten ein Konzept aufbauen mussten, was wir denn jetzt gedenken zu tun. Und die Range war schon von, wir stellen den Nachtverkehr auch ein, bis hin zu, sollen wir so verrückt sein und die paar guten Wagen, die die DB noch hat, übernehmen. Und sollen wir uns wirklich in dieses Geschäft reintrauen, dass zu diesem Zeitpunkt, das darf man auch nicht vergessen, null Attention hatte in der Öffentlichkeit und schwer zu verkaufen war. Da komme ich dann auch noch dazu. Und es waren wirklich lange Diskussionen, die in die unterschiedlichsten Richtungen gegangen sind. Klimaschutz war damals auch schon ein großes Thema, weil wir uns schon damals als größtes Klimaschutzunternehmen Österreichs verstanden haben. Und uns dann wirklich zugetraut haben, das waren damals 42 Schlafwagen der DB, die wir dann gekauft haben, die noch in einem recht guten Zustand waren, die waren nach 2000 gebaut, 15 Liegewagen übernommen und haben uns wirklich angeschaut, welches Netz können wir hier sinnvoll betreiben. Und das klingt jetzt wenig romantisch, aber das Liniennetz, das wir dann Ende 2015, Anfang 2016 gebastelt haben, war ein rein produktionell getriebenes. Ich kriege oft die Fragen, warum haben wir nicht den Verkehr vom Ruhrgebiet nach Warschau übernommen, wo es doch so viele Polen gibt, die eben in der Region wohnen und nach Hause fahren wollen. Ja, ganz einfach, weil wir es nicht produzieren können aus Österreich heraus. Ganz eine simple, unromantische Antwort. Und so sind wir dann auf das Liniennetz gekommen, das wir dann 2016 auch eröffnet haben. Und zu diesem Zeitpunkt waren zum einen natürlich diese betrieblichen Agenten ein Thema, so mussten wir wirklich aus Österreich heraus komplett optimierte Produktionskonzepte in kürzester Zeit umsetzen. Ich gebe nur ein Beispiel. Der Zug von Zürich nach Hamburg und Berlin, der ist übrigens im ersten Jahr, wenn ich mich noch erinnern kann, als großes S durch Deutschland gefahren. Zuerst ganz nach Berlin und dann ganz nach Hamburg. Der wird gespeist aus den zwei Zügerzügen aus Graz und aus Wien. Das heißt, in der ersten Nacht fahrt ein Zugteil von Wien nach Zürich, einer von Graz nach Zürich. In der zweiten Nacht fahrt er als langer Zug nach Hamburg. In der dritten Nacht fahrt er zurück. In der vierten Nacht fahren die zwei Zugteile wieder nach Graz und nach Wien und werden dann in Stand gehalten. Ein bisschen kriegt man dann schon den Geschmack dafür, für die unglaubliche betriebliche Komplexität, die dahinter steht. Man setzt nicht einfach mal irgendwo schnell einen Nachtzug auf. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich, aufgrund der Komplexität, die der Schienenverkehr einfach mit sich bringt. Gut, wir haben uns das Ganze angeschaut. Wir sind dann auch zu dem Schluss gekommen, Nachtzüge müssen maximal lang sein. So sind wir zum Beispiel auf das Linien X gekommen, Innsbruck, Hamburg und Wien, Düsseldorf, mit dem Wagendorf in Nürnberg, um maximal lange Züge zu fahren. Also es muss schon Nachfrage da sein, sonst geht das Ganze nicht. Und das sagte ja mein Chef, der Herr Madej auch immer wieder, richtig reich wird man mit dem Nachtzug unter den jetzigen Konditionen auch nicht werden. Da kommen wir dann noch zu den ganzen politischen Forderungen. Na gut, wie dem auch sei, wir haben es wirklich innerhalb eines Jahres geschafft, den Aufsichtsrat zu überzeugen, die Wagen der Deutschen Bahn zu übernehmen. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Wir müssen ja ausschreiben, Staatsunternehmen, der Beschaffungsprozess anstoßen. Wir mussten eine Marke erfinden. Das war auch nicht so ganz einfach. Das fängt damit an, dass Sie eine Marke brauchen, die erstens nicht geschützt ist. Zweitens sollten Sie möglichst noch eine .com-Seite für das Produkt haben. Und es sollte in Ihr Gesamtportfolio der Marke auch noch reinpassen. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei Marken. Im Nahverkehr den City-Chat, im Fernverkehr den Rail-Chat. Ja, und so haben wir als Organisation innerhalb von 14 Monaten das gestemmt. Und das ist die erste Lessons Learned, die ich wirklich nur mitgeben kann. Zwei Lessons Learned. Wenn das Top-Management nicht hundertprozentig hinter einem Thema steht, dann vergessen Sie es. Sie werden es nicht in 14 Monaten umsetzen, so ein komplexes Thema. Und das Zweite ist, Sie glauben nicht, was das für eine Motivation im Unternehmen war, welche Energien freigesetzt wurden, zu sagen, so, die ÖBB kommt jetzt raus aus dem National Carrier und spielt wirklich am internationalen Markt mit. Das war ja eine Once-in-a-Lifetime-Opportunität. Das lässt sich so auch nicht wiederholen in der Form. Das war wirklich eine einmalige Möglichkeit. Und diese Kräfte und diese Stolz, die die Mitarbeiter entwickelt haben, ehrlicherweise auch, um einmal den Deutschen zu sagen, wie Eisenbahn fahren geht, also das ist diese kleine Rivalität mit Deutschland, die gibt es halt immer. Rivalität im positiven Sinn. Das hat so unglaublich motiviert. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Deutsche Bahn hat auch uns maßgeblich unterstützt dabei. Ohne Deutsche Bahn, die dann im Endeffekt trotzdem nach wie vor EVU für die Nachtzüge ist in Deutschland, die nach wie vor natürlich die Tickets dafür verkauft. Ohne die Kooperationspartner der SBB, die muss ich ja ganz klar wehnen, die war unglaublich unterstützend, die SBB, wäre das auch nicht möglich gewesen. Und ich weiß jetzt, ich höre natürlich die Privaten jetzt schon wieder schimpfen und sagen, ja, kein Wunder, die Staatsbahnen arbeiten da so eng zusammen und lassen eh niemanden in den Markt rein. Das ist immer sehr einseitig diskutiert und klar, in Ihrer Rolle müssen Sie das auch tun. Für mich muss es die zwei Modelle parallel geben. Es muss einerseits die Kooperation zwischen den Staatsbahnen geben, gerade für Verkehre, die einfach sehr komplex sind und nicht so einfach zu produzieren sind. Und natürlich muss es den Raum geben, keinen Zweifel, für Wettbewerb auf der Schiene. Aber das eine schließt das andere aus meiner Sicht nicht aus, sondern kann sich ergänzen. Aber das ist das, wenn ich das Thema Kooperation und wie wichtig die für uns ist, höre, auch immer als Argument bekomme. Übrigens, zum Beispiel die SNCB kooperiert ja jetzt im neuen Nachtzug nach Brüssel auch mit einem privaten EVU. Also ich glaube, hier werden sich die Grenzen dann auch zunehmend auflösen. Gut, wir haben den Verkehr dann im Dezember 2016 eröffnet. Ich war da natürlich auch live dabei, habe den ersten Rangierprozess in Nürnberg überwacht sozusagen. Und das war dann schon uraufregend, dabei zu sein. Und es hat gut funktioniert. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt auch eine echte Mediencoverage. Also die Medien sind damals dann schon ganz gut auf dieses Produkt angesprungen. Warum erwähne ich das? Sie müssen sich in die Situation von einer kleinen Staatsbahn versetzen, die auf einmal ein europaweites Produkt hat. Wie, um Gottes Willen, soll man das bewerben? Und ohne Werbung, ohne dass es bekannt ist, das Produkt, verkauft man halt einfach nichts. Und es ist auch so, der Nachtzug war zu dem Zeitpunkt aus dem Evoked-Set der meisten Reisenden bereits nicht mehr vorhanden. Wenn die Leute an Fernreisen gedacht haben, haben sie normalerweise ans Auto und ein Flugzeug gedacht. Vielleicht, das war dann auch die Zeit vom Flixbus, wo er aufgekommen ist und vielleicht noch an den ICE. Aber der Nachtzug war nicht mehr im Evoked-Set. Und deswegen ist für uns, und ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich, die Öffentlichkeitsarbeit auch so unglaublich wichtig, weil das unser Weg ist, nicht nur für den Nightchat, sondern generell für den Nachtzug Werbung zu machen, was dann auch immer zurückreflektiert auf den Nightchat, weil es halt das größte Produkt am Markt ist. Wir würden ohne das mediale Interesse und das Öffentlichkeitsinteresse das Produkt nicht verkaufen können. Wir haben kein Milliardenbudget, um Werbung dafür zu machen. Das können wir nicht. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und deswegen bin ich so froh über die politische Debatte auch. Da kommen wir dann auch dazu. Bisher eigentlich politisch nicht viel für den Nachtzug erreicht wurde. Da komme ich dann auch noch dazu. Aber es wird diskutiert. Die Leute wissen, es gibt noch ein paar Nachtzüge und die Leute buchen auch. Und ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass in Österreich sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter jetzt mit den ganzen Post-Covid-Öffnungsschritte. Wir merken wirklich, dass die Buchungen von Tag zu Tag anziehen jetzt wieder. Also es ist der Punkt erreicht. Wir werden den Verkehr, den Nightchat-Verkehr, fast umfänglich um den 25. Mai wieder hochfahren. Also wir gehen von einem guten Sommer für den Schienenverkehr im Generellen aus, aber auch für den Nightchat im Besonderen. So, das war jetzt ein bisschen einmal die Einführung, warum wir da stehen, wo wir stehen. Jetzt würde ich Sie ganz kurz durch ein paar Fakten durchführen und dann das ganze Thema auch, wie muss es weitergehen, damit der Nachtzug Zukunft hat, besprechen. Ich würde um die nächste Folie bitten. Gut, ich sehe Sie noch nicht. Jawohl. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Fakten. Wir verbinden über 25 europäische Metropolen. Wir haben im Moment, also vor Covid sind die Zahlen natürlich, rund 1,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Wir haben eine 80-prozentige Weiterempfehlungsrate. Also die Leute, die dann auch mit uns fahren, die fahren gerne und die kommen auch wieder. Wir haben ein sehr treues Stammpublikum. Und der Klimaschutz, das ist in der Tat eine der Hauptgründe, warum man den Nachtzug überhaupt verwendet. Und das ist schon wichtig, auch für die Politik in der Öffentlichkeit. Der Punkt ist gekommen, wo man aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit mit Nachtzugagenden punkten kann. Es ist kein mehr, man muss irgendwo betteln gehen, und um Gehör zu finden, sondern es ist wirklich auch ein Wunsch, der bei den Fahrgästen im Besonderen da ist. Gehen wir bitte auf die nächste Folie. Auf der nächsten Folie sieht man jetzt das aktuelle Nightjet-Netz. Und jetzt ist noch etwas, was mir wirklich wichtig ist zu erwähnen. Neben dem bunten Nightjet-Netz arbeiten wir immer noch sehr intensiv, vor allem mit osteuropäischen Bahnen zusammen, was die Euronight-Verbindungen angeht. Auch da, die wird es ohne Kooperation zwischen der ÖBB und den osteuropäischen Bahnen auch nicht mehr geben. Auch da haben wir ein klares Commitment, nicht nur unseren eigenen Nachtzug, den Nightjet, zu promoten, sondern immer auch unsere Partner mitzunehmen. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, jeder zusätzliche Nachtzug in Europa tut dem Gesamtsystem gut. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, die bösen All-Rails oder diese bösen Regiojets dieser Welt wollen da ja jetzt irgendwie in Konkurrenz zu uns fahren. Es gibt so viele Strecken, die unbesetzt sind. Da konkurriert man nicht im Eigentlichen über eine Origin-Destination, sondern man stärkt in Summe das Netz, weil der Kunde mehr Auswahl hat und wieder mehr mit dem Nachtzug erreichen kann. Das ist mir noch einmal ganz eine wichtige Sache zu erwähnen. Gehen wir bitte auf die nächste Folie. Und da geht es jetzt darum, was plant jetzt die ÖBB bis 2024? Es war eins zu weit. Was plant die ÖBB denn jetzt bis 2024? Und man sieht, es sollen einige Nachtzug-Verbindungen, einige Nightjet-Verbindungen dazukommen. Ganz wesentlich ist noch einmal das starke Engagement mit der SBB. Wir haben vor, ab Dezember Amsterdam und Zürich mit dem Nachtzug zu verbinden. Wir werden Wien mit Paris verbinden. Das ist natürlich auch für München wieder eine gute Nachricht. Aller Voraussicht nach im ersten Jahr aber nicht täglich, sondern nur dreimal die Woche pro Richtung. Da sind wir noch im finalen Gespräch mit der SNCF. Wir wollen dann ganz stark Berlin, Brüssel, Berlin, Paris wieder miteinander verbinden. Ich glaube, das ist auch wieder für die Politik sehr wichtig und auch für Politiker, die dann dieses nachhaltige Reisen schätzen. Und Barcelona, Zürich sieht man hier unter anderem auch. Das ist eine Initiative, ganz stark getrieben, auch wieder von der SBB. Weil wer ein bisschen in der Eisenbahnhistorie sich auskennt, und ich oute mich jetzt auch als totaler Ferro, der auch, glaube ich, schon alle Nachtzüge in Europa genommen hat. Es hat keine coolere Verbindung gegeben wie den Nachtzug von Zürich nach Barcelona. Das war ein Talgo. Das war eine Talgo-Garnitur der Renfe, der spanischen Staatsbahn. Das war ein unglaubliches Reiseerlebnis. Da wurde gekocht, da war im Fahrpreisen, Abendessen, Frühstück inklusive im Speisewagen. Also das ist schon ganz große, ganz große Schule. Gut, das haben wir also gemeinsam mit unseren Partnern vor. Wo sind so ein, naja, gehen wir zuerst auf die nächste Folie. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt noch einmal bewusst das ganze Medienecho exemplarisch dargestellt. Wir haben es sogar als ÖBB in die New York Times geschafft. Das müssen Sie einmal hinkriegen als ÖBB. Wir haben ungefähr, damit man sich das vorstellen kann, Österreich ist ja immer so ungefähr ein Zehntel der Bundesrepublik. Also ist auch die ÖBB ein Zehntel des DB-Konzerns, von DB insgesamt. Versuchen es da mal in die New York Times zu kommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir haben hier die Coverage, die wir brauchen, um unser Produkt unter Anführungszeichen kostengünstig auch wirklich zu promoten. So, jetzt gehen wir auf die nächste Folie, bitte. Und dann kommen wir zum Green Deal und auch Year of Rail. Ich schicke jetzt mal gleich was vorweg. Der Nachzug kann nur ein Baustein der nachhaltigen Mobilität sein. Er wird den Flugverkehr nie vollumfänglich ersetzen können. Das ist nicht möglich und da sind wir auch ehrlich genug und erwarten das auch nicht. Es sind sowohl die Infrastruktur ist beschränkt, es ist aber irgendwo auf die Kapazität dann beschränkt. Wir brauchen einen Gesamtplan für nachhaltige Mobilität und da wird sicher ein großer Teil auch über Hochgeschwindigkeitsverkehre abzuwickeln sein. Aber es gibt sehr wohl auch das Nachzugsegment, das einen guten Beitrag zum Green Deal leisten kann. Deswegen, da auch wieder jetzt ich als Europäer und nicht als Vertreter der ÖBB, ist es mir so wichtig, einfach auch mehr Nachzugverbindungen in Europa zu sehen. Am Ende egal, wer sie fährt. Im Klima ist egal, wer sie fährt. Hauptsache sie fahren. Wobei die ÖBB natürlich einen großen Teil dieser Züge gerne fährt. Also es macht uns großen Spaß. So, was muss jetzt passieren? Gehen wir auf die nächste Folie und da komme ich jetzt wirklich auf ein paar ganz konkrete Forderungen. Fangen wir mal bei der externen Welt an. Wir tun uns wirklich schwer im Nachzugsegment, weil die Flugzeuge einfach echte Kostenvorteile haben. Sie sind von der Kerosinsteuer befreit, Flugtickets sind von der Mehrwertsteuer befreit. Das trifft alles auf den Nachzugverkehr, generell auf den Schienenverkehr, aber auf den Nachzugverkehr nicht zu. Der Flixbus zahlt keine Maut auf bundesdeutschen Autobahnen etc. Da gibt es eine ewig lange Liste. Ich möchte nicht, dass die Schiene bevorzugt wird, aber ich erwarte, dass sie den anderen Verkehrsträgern zumindest gleichgestellt wird. Ich glaube immer noch an einen gesunden Wettbewerb, aber der kann nur auch vor allem zwischen den Verkehrsträgern dann funktionieren, wenn auch Wettbewerbsgleichheit hergestellt ist. Das ist mal eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle. Das zweite ist, und ich habe gesagt, es wird viel über Nachzug geredet und nichts wird getan. Wir müssen ganz ehrlich sein. Solange niemand Geld in die Hand nimmt und in Rollmaterial investiert, können wir uns noch so viele Konzepte überlegen. Nachzüge fallen nicht vom Himmel. Es muss signifikante Investitionen geben. Die ÖBB, wir sind die einzigen, die wirklich investieren, immer noch. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt 33 neue Nachzüge in Auftrag gegeben bei Siemens. 33 Züge A7 wagen. Das ist signifikant und das ist viel Geld. Und auch wir diskutieren, ob man das Geld in Nachzüge steckt oder in Hochgeschwindigkeitszüge oder in Infrastruktur oder ich weiß nicht wohin. Im Moment gibt es einen Boom auf Secondhand-Roll-Material. Ganz viele private Bahnen, Regiojet ist da so ein schönes Beispiel, kauft jetzt die letzten Liegenwagen, Fliegewagen der DB ab und so weiter. Das führt aber nicht zum Green Deal und zum Wandel im Verkehr, weil am Ende sind die Wagen 50 Jahre alt und die muss man halt jetzt zum hundertsten Mal refurbischen. Aber es ist nicht nachhaltig. Irgendwann sind die Wagen am Ende. Also ganz klare Message, es braucht Rollmaterial. Und wenn wir jetzt beim Thema Rollmaterial sind, jetzt möchte ich ein paar Schmankerlen erzählen, was das Thema Zulassung von Rollmaterial angeht. Und übrigens, ich verstehe immer, wie es dazu kommt. Man versteht es im historischen Kontext und trotzdem ist es so schwierig. Als wir den Rahmenvertrag mit Siemens abgeschlossen haben zur Zulassung der neuen Nachtzüge, haben wir nicht gedacht, dass das so ein Boom werden wird. Wir haben den Vertrag verhandelt zwischen 2015 und 2018 und haben in 2018 abgeschlossen. Was ich 2018 in den Rahmenvertrag mit Siemens nicht an Ländern reingepackt habe, wo die Fahrzeuge zuzulassen sind, macht die Zulassung fast unmöglich. Deswegen, ich sage es so ehrlich, unsere Nachtzüge, wir gehen davon aus, die werden Frankreich nie sehen. Unser Konzept Paris, Berlin, Paris, Wien, Brüssel, Berlin, Brüssel, Wien, werden wir mit konventionellem Rollmaterial fahren, solange das möglich ist. Weil wir uns nicht darüber hinaus sehen, die Dani-Züge, Dani heißen die bei uns intern, Entschuldigung, diese Nachtzüge in Frankreich zuzulassen. Das ist echt traurig. Auch Barcelona werden wir, wenn, mit Bestandswagen, die halt eine Art Bestandsschutz haben, anfahren. Die Zulassung in den Niederlanden, es geht nur um die Niederlande, der neuen Nachtzüge, kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Ein Schmankerl. Ganz Europa hat sich darauf verständigt, dass Magnetschienenbremsen bei 20 kmh funktionieren müssen. Ab 20 kmh. Ehrlich, unter 20 kmh macht das auch wenig Sinn, weil da kriege ich jeden Zug zum Stehen. Nein, in den Niederlanden müssen Züge ab 10 kmh die Magnetschienebremse funktionieren. Als einziges Land in Europa. Das war in der Spezifikation und Konfiguration des Zugs nie drinnen. Das stellt uns vor unglaubliche Herausforderungen. Die Italiener, das weiß man glaube ich auch nicht, es gibt kaum eine Bahn, die Züge hat, die für Italien zugelassen sind. Weil in Italien neue Brandschutzbestimmungen in Kraft treten werden und bis auf die paar Züge, die die SBB gemeinsam mit der Trenitalia hat und die neuen Nachtzüge, die jetzt die ÖBB kauft und die neuen Tagzüge, gibt es im Moment keine Züge, die nach Italien fahren können. Das ist ein Fakt. Und wie kommt es zu den hohen Brandschutzbestimmungen? Das ist auch wieder erklärbar. Sehr viele Tunnelstrecken in Italien und ein unglaubliches Desaster vor 10 Jahren in Viareggio. Das waren damals natürlich keine Personenwagen, sondern es waren Kesselwagen, die in der Stadt in die Luft geflogen sind. So kann man immer erklären, wie so Bestimmungen zustande kommen, aber sie fördern halt die Interoperabilität des Netzes wirklich nicht. Wir brauchen da echt Unterstützung, weil das ist, und jetzt ehrlich bin ich dann gleich am Ende, das ist ja das größte Hindernis. Es muss wer Millionen, Millionen, Millionen Invest in die Hand nehmen, muss dann aber über 30 Jahre mit diesem Ding Geld verdienen. Sonst rechnet sich der Business Case nicht. Wenn ich solche Zwänge habe, die mir immer wieder begegnen und ich eigentlich nie die Sicherheit habe, ob ich wirklich die Züge die nächsten 30 Jahre europaweit einsetzen kann, dann wäre ich nicht investieren. Das ist meine Antwort darauf, warum es so wenig privates Engagement in den Bereich gibt. Weil es ein Risiko ist. Gut, gehen wir auf die nächste Folie. Wissen Sie was, ich springe da jetzt rüber. Gehen wir bitte jetzt noch auf zwei Folien, kommen jetzt noch drei Folien, die zeigen, was wir vorhaben. Auf der nächsten Folie sehen Sie unsere Mini-Cabins. Das wird ein Game Changer werden. Wir haben nämlich ein ganz großes Thema im Nachzug, das ist die Privatsphäre. Der Liegewagen wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt, wo man aus der Not heraus viele Leute transportieren musste und die Leute einfach noch nicht so anspruchsvoll waren. Heute Leute mit fremden Leuten in ein Abteil zu legen, ist sehr, sehr schwierig und das machen wirklich nur mehr sehr ausgewählte Menschen. Wir brauchen aber die Masse an Leuten. Das habe ich vorher schon erwähnt. Es braucht wirklich Fahrgäste. Und die Mini-Cabins hier werden ein Game Changer sein. Weil wir viele Leute auf kleinen Raum unterbringen und 100% Privatsphäre sicherstellen können. Das war übrigens auch ein Designprozess. Wir sind selbst an die neuen Nachtzüge rangegangen und haben das nicht die Eisenbahnindustrie oder die Rollmaterialindustrie überlassen, sondern wir sind mit Designern, mit Kunden rangegangen und haben gesagt, wie muss der neue Nachtzug ausschauen. Wir haben nicht darauf gewartet, dass die Industrie uns da irgendwas anbietet. Die Schienenverkehrsindustrie, die Fahrzeugindustrie ist nämlich ehrlicherweise nicht wahnsinnig innovativ, auch wenn das wahrscheinlich Siemens und Bombardier anders sehen. Aus unserer Sicht fehlt der Innovation. Sie möchten mehr vom Gleichen verkaufen. Wir sind wirklich bei den Tag- und bei den Nachtzügen da unseren eigenen Weg gegangen, weil die Industrie das nicht geliefert hat, was wir wollten. Gut, gehen wir auf die nächste Folie. Da sehen Sie dann ein Familienabteil. Dieses Familienabteil wird übrigens in einem kleinen Maß schon im Herbst verfügbar sein, weil wir 20 Sitzwagen in Multifunktionswagen umbauen gerade. Also Sie sehen, wir investieren auch in Bestandsmaterial. Und das werden dann Viererliegewagen sein, die man ideal als Gruppe oder als Familie benutzen kann. Und auf der letzten Seite sieht man dann den Schlafwagen. Die Schlafwagen werden nur mehr Zweier-Bett sein. Also ein bisschen ein merkwürdiges Wort. Und Sie werden alle eine kleine Nasszelle haben, weil wir in unseren Marktforschungen auch festgestellt haben, den Kunden ist ganz wichtig, eine eigene Toilette im Abteil zu haben. Dafür gibt es wirklich auch Zahlungsbereitschaft. Und lustigerweise das Thema Duschen war eher hinten angestellt. Wir haben uns jetzt so beholfen, dass ähnlich wie in Yachten, dass es eine Möglichkeit zum Duschen im Abteil gibt mit so einer Handbrause. Aber das dann eigentlich nur für die Leute, die das auch wirklich wollen. Die Mehrheit für die ist die Toilette wichtig, aber nicht so sehr die Duschmöglichkeit. Gut, das war's. Unser Ziel ist wirklich, Nightjet als Synonym für Nachtreiseverkehr zu etablieren. Da arbeiten wir jeden Tag dran, mit Leib und Seele. Und man muss schon sagen, ich persönlich und die ganze ÖBB, wir sind auch schon stolz, was wir hier geschaffen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf die Fragen. Vielen Dank, Herr Bauer. Man hört es auch raus nicht, aber ich denke, ihr wäre sehr laut, wenn wir jetzt physisch beieinander sitzen würden. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, die ÖBB darf zu Recht stolz sein auf das, was sie da geschaffen haben. Und auch sie persönlich mit ihrem Einsatz, man merkt den Herzblut und auch den persönlichen Zugang, den sie dazu haben, haben sie ja dargestellt. Es wirkt sehr, sehr authentisch und sehr überzeugend auf mich und begeistert und macht Lust, auf mehr Nacht zu fahren. Und gleichzeitig haben sie auch ganz viele Dinge benannt, die politisch zu lösen sind, die sie als Unternehmen nicht lösen können. Und es ist sehr wichtig für uns, das zu wissen, zu hören vom Praktiker, von Ihnen. Und ich denke, dass wir dann auch, um das vorwegzunehmen, auch gerne hier im Austausch bleiben können, um auf den verschiedenen politischen Ebenen, am meisten natürlich Europa und Bund, also national, dort die Stellschrauben richtig zu betätigen, dass die Vielfalt an Eisenbahnunternehmen, die es in Europa gibt, sei es staatlich oder privat, sich hier entfalten können zum Wohle des Klimaschutzes und der Mobilität. Fabian, was haben wir denn für Fragen bekommen? Ja, eine ganze Reihe ist schon eingetroffen. Es weiterhin besteht die Möglichkeit, wir versuchen so viel wie möglich aufzugreifen. Ich starte mal mit drei einfachen Fragen zu Beginn. Und zwar wurde durchaus gefragt, inwiefern einerseits Fahrradmitnahme geplant ist, andererseits auch insbesondere sogar die Automitnahme. Da war ja hier aus der bayerischen Metropole München schon ein beachtlicher Nord-Süd-Achsen-Standort da. Und als dritte Frage, für all die eingangs erwähnten internationalen Verbindungen, inwiefern da eine Vereinheitlichung bzw. Integration der NIGETs in durchgängige Tickets avisiert ist. So weit erst mal. Sehr gut. Ja, unser Ziel ist ganz klar, spätestens eigentlich mit Einflottung der ersten 13 Nachtzüge, die übrigens, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, echt München zugute kommen, weil diese neuen Garnituren werden von München nach Mailand, nach Venedig und nach Rom fahren. Also da bin ich da jetzt gerade in der richtigen Zielregion angekommen, werden alle Fahrradmitnahme ermöglichen. Das ist uns ganz klar. Die ÖBB ermöglicht in allen Fernverkehrszügen Fahrradmitnahme außer in ein paar ausgewählten Nachtzügen. Das werden wir durch den Umbau der Multifunktionswagen, die ich auch kurz erwähnt habe, eben ändern. Also spätestens ab Ende nächsten Jahres ist überall Fahrradtransport möglich. Autotransport, auch ganz wichtig. Zwei Dinge. Für Autotransport braucht es Infrastruktur. Wenn es keine Verladeinfrastruktur gibt, gibt es auch keinen Autozug, weil die Autos können leider nicht auf den Zug draufspringen. Also ist zuerst einmal die Botschaft ganz klar wieder an die Politik und die Infrastrukturbetreiber. Autoverladung muss weiterhin möglich sein. Jetzt sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, Autoverladung ist ein unheimlich saisonales Geschäft. Du machst das Geschäft damit im Sommer. Interessanterweise ist selbst der Winter nicht ganz so einfach. Hamburg, Innsbruck im Winter geht auch noch mit den Skifahrern. Aber Zwischensaison ist echt saure Gurkenzeit. Unser Plan ist, und da bin ich jetzt auch ganz offen, die Nachtzugarnituren werden sieben Wagen lang sein. Warum sieben? Weil 14 Wagen die maximale Zuglänge in Europa ist. Das heißt, ich werde zwei Nachtzüge immer koppeln, um wieder, sind wir beim Thema, maximal viele Fahrgäste transportieren zu können. Da ist ehrlicherweise dann kein Platz für Autoreisezüge, für Autowagen. Aber die gute Nachricht ist, durch den Erwerb der neuen Nachtzüge haben wir die Möglichkeit, das bestehende Rollmaterial, das ja auch dann irgendwann nicht mehr das allerjüngste ist und für den täglichen Einsatz nicht mehr ganz so geeignet ist, für Saisonverkehr einzusetzen. Und dann wird man wirklich sogar noch gezielter Autoreisezüge anbieten können. Ich spreche da so im Zeithorizont 2024, 2025, wo man dann gezielt auch wirklich auf die Bedürfnisse der Autoreisezugkunden eingehen kann. Weil im Moment ist es alles immer ein bisschen ein Kompromiss. Man hängt halt an einem Nachtzug, Autoreisezugwagen dran und schaut, ob es irgendwie passt oder nicht. Deswegen kann ich jetzt mal da nicht ganz kurzfristig sagen, da gibt es eine Zukunft. Aber mittelfristig ab 2024 bin ich überzeugt davon, dass die ÖBB wieder stärker ins Saisongeschäft einsteigen wird und dann da auch den Autoverkehr mitnehmen wird. Und wer weiß, wie es mit den E-Autos weitergibt. Vielleicht gibt es mal ein Innovationsprojekt, auch wieder eine Idee an die Politik, ein Innovationsprojekt, Autotransportwagen, wo ich in der Nacht mein Auto chargen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht mag die Politik da ja mal ein Forschungsprojekt gehen. Gut. Und die dritte Frage war, und ich habe jetzt so geschmiert, dass ich es nicht mehr lesen kann, war die Durchtarifierung. Genau. Ja, das ist ein Thema. Das hat damit zu tun, dass der Nachtzug in sich ein Globalpreiszug ist. Und wir den ehrlicherweise auch so bewirtschaften, weil wir, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, mit dem Produkt nur dann Geld verdienen können, wenn wir auch wirklich ein Yield-Management dahinter legen. Und wir haben da ein sehr ausgeklügeltes Yield-Management-System, weil es ein unglaublich komplexes Thema ist, diese unterschiedlichen Kategorien. Sitz, Liege, Schlafwagen, Einer-, Zweier-, Dreierabteil. Das ist ja so ein riesen Potpourri an Möglichkeiten im Nachtzug auch wirklich zu bepreisen. Es wird zunehmend, glaube ich, einfacher werden, wenn die Vertriebssysteme der Deutschen Bahn, aber auch so Vertriebssysteme wie Trainline auf den Markt kommen und nicht eine Durchtarifierung ermöglichen, aber die Durchbuchung von Tickets. Das sehe ich sehr wohl in den nächsten Jahren kommen. Und da nehme ich jetzt ehrlicherweise uns auch als ÖBB ein bisschen ans Ohr waschel, das ganz, nicht nur uns, ehrlicherweise auch die Kollegen der anderen Staatsbahnen. Ich glaube, wir haben das ganze Thema Vertrieb da ein bisschen verschlafen. Umso mehr muss ich sagen, wir arbeiten jetzt ganz aktiv und wirklich auch mit den anderen Bahnen zusammen, diesen Schiefstand hier wieder zu beseitigen. Vielen Dank, Herr Bauer, für die kompakte Beantwortung der Fragen. Ich habe ein neues Wort gelernt, Einflottung. Das gefällt mir sehr. Da ist es aber nicht markenrechtlich geschützt oder so. Darf ich das verwenden? Sie dürfen es gerne verwenden. Hervorragend. Da freue ich mich nämlich wahnsinnig auf die Einflottung der neuen Fahrzeuge. Wenn die dann ausgerechnet von München aus starten, ist es dann schon zum kommenden Fahrplanwechsel nahezu. Nein, das wird im Jahr, also sofern jetzt Corona nicht den Produktionsplan und für das Hersteller komplett durcheinander gebracht hat, wovon wir jetzt ehrlicherweise nicht ausgehen, ist die Umstellung geplant mit Dezember 2022. Sehr schön, hervorragend. Gut, die werden wir, Florian, die werden wir uns genau anschauen, gell? Freuen wir uns schon drauf. Gut. Nicht nur anfangen, auch mitfahren, bitte. Ja, selbstverständlich. Das ist eh klar. Probeliegen, kein Problem. Genau. Anna, was gibt es an weiteren Fragen? Ja, wir haben noch ein paar sehr interessante Fragen, und zwar geht es einmal um die Lokomotiven, welche in Zukunft zum Einsatz kommen sollen, und zwar für die Nightjets einerseits der zweiten Generation mit den schnelleren Geschwindigkeiten, auch 200 kmh, und was passiert, wenn die DB in den nächsten Jahren den IC-Verkehr einstellt und damit auch die Baureihe 101 ausmustert. Dieser hat bisher die Nightjets in Deutschland gezogen, welche Lokomotiven werden dann eingesetzt. Dann eine Frage an die Politik, welche Maßnahmen, Veränderungen und Unterstützung von der Politik und Co. ist nötig? Da sind einige Beispiele aufgezählt, aber interessant wäre natürlich, was aus Ihrer Sicht prioritär wäre von Steuersenkung, Kerosin, Steuer, besseres Gleisnetz, bessere Bahnhöfe. Was es also alles gibt, was wären Ihre Forderungen sozusagen an die Politik und natürlich heute besonders in Deutschland? Und eine ganz konkrete Frage um eine Bewerbung. Snell Target hat sich nicht auf die Strecken Malmö, Brüssel und Stockholm, Hamburg beworben und geht die ÖBB da dran? Gut. Soll ich noch eine Frage stellen? Wir haben noch ein paar, aber wir können erst mal dabei bleiben. Ja, genau. Also gehen wir mal durch die drei Fragen durch und dann nehmen wir einfach die nächsten dran. Also das Thema Lokomotiven ist einmal für Deutschland ein lösbares, weil die ÖBB ausreichend Lokomotiven hat, die in Deutschland zugelassen sind. Die Nachtzüge sind übrigens für 230 kmh sogar zugelassen, die neuen Nachtzüge. Die Bestandsflotte auf 200 kmh. Das wird man ehrlicherweise nur in ganz seltenen Einzelfällen benötigen, aber der Zug hält halt 30 bis 40 Jahre. Wer weiß, wie die Infrastrukturen in 30 bis 40 Jahren sind. Allein um zukunftssicher zu sein, haben wir die 230 kmh genommen und, das muss ich doch noch mal kurz ausholen, weil das Thema Fahrzeuge so komplex ist, wir haben uns als kleine Staatsbahn besonnen darauf, dass wir für die neuen Tag- und die neuen Nachtzüge die gleiche Flotte brauchen, die gleiche Plattform. Weil das unglaubliche Synergien in der Instandhaltung und so weiter mit sich bringt. Und da die Tagzüge 230 kmh fahren müssen, auch in Österreich, fahren die Nachtzüge jetzt auch 230 kmh. Das ist einmal nur zur Einordnung. Die 101 wird abgestellt, das wissen wir auch. Die Taurus, die Siemens Lokomotiven, die auch 230 schaffen, in Österreich sind sie auch darauf zugelassen, werden hier dann Ersatz bringen. Im allerschlimmsten Fall müssen wir uns sonst halt Leasing-Lokomotiven anlachen. Also in Deutschland kriegen wir das gelöst. Im internationalen Verkehr, vor allem Brüssel, Deutschland, da ist ja schon was anderes, ehrlicherweise. Da die geeigneten Locken zu finden, ist nicht ganz so einfach. Das zu den 101ern. Dann war die, jetzt müssen wir uns kurz mit der zweiten Frage, die dritte war Snell Doggett und die zweite Frage war? Ja, die grundlegenden Forderungen an die Politik. Grundlegende Forderungen an die Politik. Was soll ich sagen, prioritär? Genau. Bei der Eisenbahn dauert immer alles erfahrungsgemäß unglaublich lang. Deswegen, gewisse Dinge wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Deswegen muss man mit den Dingen anfangen, die kurzfristig änderbar sind. Und das ist der ganze regulatorische Rahmen, wie ich schon gesagt habe. Kerosinsteuer, Mehrwertsteuer. Vielleicht kann man überhaupt einmal Nachzugtickets oder Tickets für Schienenverkehr generell von der Steuer befreien. Dann können wir noch einmal die Preise um 10 Prozent senken und wir generieren mehr Nachfrage. Also in diesem Spielfeld kann man relativ schnell relativ viel machen. Wenn es jetzt schon um die Fahrzeugzulassung geht oder auch um den Kauf von Fahrzeugen, Investitionen in Fahrzeugen, da sind wir natürlich schon beim Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren. Und wenn es um Infrastruktur geht, sind wir natürlich in einem ganz anderen Zeithorizont. Ich erinnere nur, ehrlicherweise, aus österreichischer Sicht ist es manchmal schwierig, jetzt haben wir endlich die Zulaufstrecke zum Brenner. Endlich. Leider ist der innerösterreichische Verkehr da wieder nicht berücksichtigt, weil es gibt keine Einfädelung von Salzburg. Das heißt, das Deutsche Eck ist für uns eines der wichtigsten Streckenabschnitte, die wir haben aus österreichischer Sicht. Sie verbinden halt Ost- und Westösterreich, gibt es keine Einbindung und unsere Railchats werden dadurch die nächsten 100 Jahre durch Rosenheim oder durch Rosenheim bummeln müssen. Schade, aber ist so. Hauptsache, der Nordzulauf kommt jetzt endlich einmal. Das sind natürlich Zeithorizonte, das spricht nur von 20, 30 Jahren. Da ist aber, und da habe ich schon zwei klare Forderungen an die Politik. Konsistenz in der Verkehrspolitik, auch was die Finanzierung angeht. Und da muss ich die österreichische Verkehrspolitik wirklich auch noch einmal loben. Wurscht, wer in Österreich an der Macht war. Und wenn Sie sich in den letzten 20 Jahren anschauen, da hatten wir sehr rechte Regierungen, linke Regierungen. Bei einem waren Sie sich immer alle einig. Die Schiene ist für Österreich wichtig. Und deswegen steht Österreich auch da, wo wir heute stehen. Die Österreicher sind EU-Bahnfahrer Nummer eins in Europa, in der EU. Was überhaupt nicht auf der Hand liegt, weil verkehrsgeografisch Österreich überhaupt nicht für den Schienenverkehr designt wurde. Da müsste Belgien, Niederlande, die müssten viel mehr Nachfrage auf der Schiene haben, viel dichter besiedelt. Und was Ihnen jetzt nicht sagen, das hören viele Experten zu, es grenzt an ein Wunder, dass die Österreicher die fleißigsten Bahnfahrer sind aufgrund der Verkehrsgeografie. Und das ist schon der konsistenten Verkehrspolitik geschuldet. Und wenn man kurzfristig was will, dann wird man vielleicht auch einmal für eine Zeit lang eine Anschubfinanzierung ermöglichen müssen. Ich habe von dem Risiko im Nachtzuggeschäft gesprochen. Und auch da muss ich wieder sagen, es gibt Länder, die haben ein klares Commitment, und da sind wir wieder bei Grenzen, die haben zumindest ein klares nationales Commitment, dass Nachtzüge ein Teil der nationalen Mobilität sind. Italien zähle ich dazu. Italien hat ein unglaublich dichtes Nachtzugnetz, weil es dem Staat wichtig ist. Frankreich hat überhaupt kein Nachtzugnetz mehr, weil es der Politik nicht wichtig war. Es ändert sich gerade. Österreich hat ein Nachtzugnetz, weil es der Politik wichtig ist. Für die innerösterreichischen Verkehre haben wir einen Verkehrsdienstevertrag. Wie sonst könnten wir Bregenz mit 30.000 bis 40.000 Einwohnern mit einem Nachtzug mit Wien verbinden? Das ist Verkehrspolitik und das kann man relativ schnell angehen. Da muss man nicht ewig warten. Da muss man sich einfach überlegen, wie man damit umgeht. Wichtig ist, bin ich auch überzeugt davon, das natürlich wieder ein Gesamtkonzept zu binden, weil der Nachtzug kann wieder nur ein Bestandteil der Mobilität sein und nicht die Rettung für alles. Das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. So, Snell-Torget. Ich glaube, ich kann nur mutmaßen. Wir haben uns ja auch die Business Cases angeschaut und auf die Arithmetik, wie der Verkehr ausgeschrieben wurde. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir haben auch kein Angebot abgegeben als ÖBB, weil wir auch keinen richtigen Business Case finden konnten. Und das ist so ein bisschen auch der Art und Weise geschuldet, wie die Traffic Faircat hier ihre Ausschreibung gestaltet hat. Weil man muss verstehen, das Bestellerwesen ist heute ausschließlich national orientiert, leider Gottes. Es ist ja schon ein Wunder, wenn sich zwei Nahverkehrsaufgabenträger so weit international einigen, dass ein internationales Nahverkehrsprodukt zustande kommt. Das ist ja schon ein Wunder. Übrigens ist ja manchmal sogar innerhalb von Deutschland schon ein Wunder, dass sich zwei Verkehrsverbünde einig werden. Aber gut, das ist nochmal was anderes. Und das über einen internationalen Verkehr, wo der Nachzug durch drei Länder fährt, ist wirklich eine Herausforderung. Auch da könnte man wieder klar sagen, entweder schafft man den Rahmen oder es wäre sicher viel leichter gewesen, wenn die deutsche Verkehrspolitik gemeinsam mit der schwedischen Verkehrspolitik sagt, so, wie schaffen wir jetzt einen Rahmen, dass ein Nachzug von Deutschland nach Schweden fährt, weil der ist uns beiden wichtig. Im Moment ist das Signal, es ist den Schweden wichtig und den Deutschen nicht wichtig. Und da eine Ausschreibung hinzukriegen, das ist echt nicht leicht. Das hat die Trafikfähigkeit versucht, es ist nicht leicht. Wir haben uns nicht beworben als ÖBB und SnellTarget auch nicht. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, Punkt. Aber bitte, was immer jetzt auch in Deutschland passieren möge, die internationale Abstimmung ist so essentiell, weil wir haben ja gerade gehört, viele Länder sind auch zu klein geworden für nationalen Nachzug. Deutschland hat inzwischen ein Hochgeschwindigkeitsnetz, das halt viele Städte sinnvoll verbindet. Aber Europa, da gibt es noch so viel, wo es Potenzial gibt auf Nachzugverbindungen. Dann muss die Politik wirklich auch zusammenarbeiten und ich sage jetzt was, was auch ein bisschen gegen mein Geschäft geht. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich jetzt ganz kurzfristig Geld in die Hand nehmen, damit der Nachzugverkehr wirklich schnell auf die Schiene kommt. Von mir aus auch mit PSO, mit Förderungen oder sonst was. Aber mittelfristig einen Rahmen schaffen, dass sich das Geschäftsmodell eigenwirtschaftlich trägt. Weil das muss das Ziel sein. Das wäre jetzt meine ganz persönliche Herangehensweise. Was eigentlich auch schon fast ein hervorragendes Schlusswort ist. Die Zeit ist auch weitgehend rum. Insofern sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Bauer, für dieses Plädoyer am Schluss auch nochmal und den klaren Handlungsauftrag, den Sie uns an die Politik geben. Ehe ich allerdings gleich nochmal an meinen Kollegen Florian Sieg mal kurz übergebe. Normalerweise, wenn wir Referentinnen oder Referenten bei uns in der Fraktion zu Gast haben, kriegen wir auch ein kleines Geschenk. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, so über den Computer. Vielleicht ergibt sich es einmal, dass man sich persönlich sieht. Vielleicht auch in Wien. Ich bin in zwei Wochen, wenn jetzt dann einmal die Einreise wieder möglich ist, mit Parade-Shed selbstverständlich sowieso wieder in Wien, was ich normalerweise alle zwei, drei Wochen bin. Vielleicht ergibt sich es einmal. Dann würde ich das nachholen, auch um den Kontakt zu pflegen. Eines muss ich noch loswerden, weil Sie die Verkehrsverbünde angesprochen haben, die sich in Deutschland schwierig tun, sich zu einigen. Wir wären in Bayern froh, wenn wir denn welche flächendeckend hätten. Wir haben gerade erst kurz ein Positionspapier in unserer Landtagsfraktion für flächendeckende Verkehrsverbünde beschlossen, weil erst 50 Prozent der Landesfläche ungefähr damit abgedeckt sind. Also so vorsinnflutlich ist das bei uns organisiert. Das ist ganz fürchterbar. Also noch einmal vielen herzlichen Dank, ehe ich zum Schlusswort übergebe, an den Florian noch zwei kurze Terminhinweise. Wir haben in unserer verkehrspolitischen Webinar-Reihe von meinem Team und mir noch zwei hochinteressante Veranstaltungen, wenn auch gleich wir hier die Schiene verlassen. Wir sind am 15. Juni, haben wir den Stadtsekretär aus Berlin, Ingmar Strese, zu Gast zum Thema Fußverkehrsgesetz und Fußverkehr. Und eine Woche später am 22. Juni haben wir zwei Dame und Herr vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland, vom Bundesverband zum Thema, warum die Verkehrswende sozial gerecht ist. Auf beide Veranstaltungen freue ich mich sehr. Die Anmeldungen werden demnächst geöffnet, dann wie immer unter grünefraktionbayern.de unter Termine oder auch auf meiner Website markusbüchler.de. Das von mir zum Abschluss. Noch einmal verbunden mit dem herzlichen Dank an Kurt Bauer. War ein fantastischer, höchst spannender und hochinformativer Abend, der, finde ich, auch viel Hoffnung macht in eine klimafreundliche, mobile Zukunft. Und übergebe zum Schluss an Florian. Ja, vielen Dank. Ich möchte als erstes das Plädoyer aufgreifen, weil bei einem Punkt, da sind Sie bei uns genau richtig, beim politischen Willen, was zu bewegen im Bereich Nachtzüge und Schienenverkehrspolitik. Das würden wir gerne dann nach der Bundestagswahl noch viel intensiver tun als bisher. Wir sind da gespannt, wie es ausgeht. Aber auch die einzelnen Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit, was die Finanzierung angeht. Was das Thema Steuern und Erleichterung oder Level Playing Field angeht, sind wir auch schon dran. Und was ich mir besonders auch als Europapolitiker noch mal mitnehme, sind diese regulatorischen Hürden, weil es kann ja eigentlich im 21. Jahrhundert eben nicht sein, dass ich mich dann doch am Ende wieder nach, in dem Fall 26 nationalen Eisenbahnagenturen richten muss und deren Regeln, damit mein Zug da überhaupt fahren kann. Obwohl wir eigentlich so viele Sicherheitsvorschriften in Europa haben, dass kein Unternehmen einen Zug produzieren darf, der nicht einigermaßen sicher ist, wenn er irgendwo über die Gleise fährt. Also wir haben es geschafft, dass die Gleise überall gleich breit sind. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch, dass da überall die gleichen Züge fahren dürfen. Das sind auf jeden Fall Punkte, die wir uns mitnehmen. Und allen aus Bayern, die dabei sind, kann ich, glaube ich, schon mal versprechen, Markus, man wird auch in Sachen Nachtzug-Initiative sicherlich noch das eine oder andere im Landtag platzieren. Denn das sage ich auch als Münchner Abgeordneter, wir freuen uns über ein Nachtzug-Netz in Europa und natürlich besonders über einen starken Nachtzug-Knoten in München, wo man auch dann wirklich praktisch und komfortabel an diesem Netz teilhaben kann. Das ist für uns auch ein ganz wichtiges Ziel, in die unterschiedlichen Destinationen kommen kann. Ich sage auch vielen Dank. Sie haben uns einiges ins politische Lastenheft geschrieben. Wir werden das auf jeden Fall abarbeiten. Ja, herzlichen Dank. Im Chat wurde noch nach dem Foliensatz gefragt. Den nehme ich an, können wir bekommen und werden wir dann an alle Angemeldeten versenden. Genau, vielen Dank auch dafür. Dann wünsche ich allseits einen schönen Tag.